So, hier fahren wir natürlich auch. Was haben wir nutzen können? Schauen wir zu etwa ab. Das wird nicht klappen. Es reicht, ich komme. Alex ist schon komplett gepisst, Alter. Lasst mich doch einfach in Ruhe. Wir hauen doch nicht ab. Was hat die denn für ein Problem? Wir müssen doch unser Navi tracken können. Sie sieht, dass wir da hinfahren, aber nein, kann sie nicht. Na gut. Schlag so in einem Rennen. Ja, das sollte aber kein Problem sein. Das sollte mehr wohl...